Der CPU-Cache ist ein temporärer Speicher zwischen dem Prozessor und dem Hauptspeicher. Die Kapazität eines solchen Caches ist die gesamte Menge an Daten, die aus dem Hauptspeicher in den Cache geladen werden können. Beim Laden von Daten in den Cache wird zwischen drei unterschiedlichen Platzierungsverfahren unterschieden, dem direkten, vollständig assoziativen und set-assoziativen abbilden. Bei allen drei Strategien liegen Speicherblöcke im Cache. Die einzelnen Zellen des Speicherblocks werden Wörter genannt. In diesem Beispiel besitzt jeder Speicherblock vier Wörter und wird innerhalb des Speicherblocks daher mit zwei Bits identifiziert, auch als Word-Offset bezeichnet. Jedes Wort hat eine Länge von 8 Bit oder zwei Hexadezimalzeichen. In diesem Beispiel ist die Gesamtkapazität 16 mal 8 Bit und jede Zeile besitzt 4 mal 8 Bit. Die zweite Koordinate ist der Linien-Offset. Neben diesen beiden Koordinaten besitzt jede Speicheradresse einen Tag. Dieser Tag identifiziert einen Speicherblock aus dem RAM und macht zusammen mit den Linien- und dem Word-Offset die gesamte Speicheradresse aus. Alle Speicheradressen mit derselben Linien und Word-ID teilen sich dieselbe Cache-Zeile in einem direkt abgebildeten Cache. Beim Laden eines Wortes in den CPU wird im Cache geprüft, ob die benötigte Speicheradresse bereits dort gespeichert ist. Das Vorfinden ist ein Cache-Shit und sollte an der korrespondierenden Cache-Zeile das falsche Tag stehen, ist dies ein Cache-Miss und dann muss die benötigte Zeile aus dem Hauptspeicher geladen werden. Benötigt der CPU die folgende Speicheradresse, wird entsprechend die Cache-Zeile auf dieses Tag überprüft. Üblicherweise wird der Linien- und Word-Offset an den höchsten oder niedrigsten Stellen der Adresse festgelegt. In diesem Beispiel sind die niedrigsten zwei Bits die Word-ID und die nächsten beiden Bits die Linien-ID, die restlichen Bits sind das Tag. Beim Anfordern dieser Speicheradresse würde die Zeile 01 überprüft werden, ob sich dort der Speicherblock mit dem Tag 5b2 befindet und ist das nicht der Fall, wird dieser eben geladen und der alte Speicherblock fliegt raus. Bei einem direkt abgebildeten Cache gibt es daher auch keine weiteren Ersetzungsstrategien, denn jede Speicheradresse ist genau einer Zeile zugeteilt. Anders verhält sich das bei den zwei weiteren Platzierungsstrategien, die Set-Assoziative und die vollständig-Assoziative-Cache-Speicher-Platzierungsstrategie. Diese erlauben das Verwenden von Ersetzungsstrategien, da jede Zeile aus dem Hauptspeicher mehreren Cache-Zeilen zugeordnet werden kann. Der Set-Assoziative-Cache ist üblicherweise in zwei hoch irgendwas viele Zeilen per Set aufgeteilt, also zwei, vier, acht oder mehr Zeilen per Set. Oder per Menge. In diesem Beispiel besitzt jedes Set zwei Zeilen. Ein Speicherblock wird durch den Set-Index und das Tag identifiziert. Wenn der CPU einen Speicherblock anfordert, der sich nicht im Cache befindet, muss eine der beiden Zeilen überschrieben werden. Dafür gibt es eben verschiedene Strategien. Eine Möglichkeit ist das zufällige Auswählen einer der beiden Zeilen. Klingt erstmal nicht besonders elegant. Jedoch ist es sehr einfach und es wird kein weiteres Bit als Flag benötigt oder weitere Daten. Wir wählen einfach einen zufällig aus. Bei vielen anderen Strategien werden weitere Bits für Flags benötigt. Bei der Warteschlange oder der Stack-Strategie oder eben First-In, First-Out, Last-In, First-Out, bei diesen muss irgendwie ja festgestellt werden, welche Zeile eliminiere ich. Und das kann anhand einer Flag geschehen. Bei einem Zwei-Wege-Cache würde die dann auch einfach alterieren, wenn eine Zeile überschrieben wird. Es gibt viele weitere Strategien, hier die Auflistung bei Wikipedia. Caches können linienhaft als Diagramm abgebildet werden, jedoch wird weiterhin von Cache-Zeilen gesprochen. Dann sind in jeder Zeile mehrere Cache-Zeilen, wie rechts zu sehen ist. Bei dieser Aufgabe steht in der Angabe, dass der gesamte Cache eine Kapazität von 128 KB besitzt. Nochmal, dies besteht sich stets nur auf die gespeicherten Wörter, also die Summe aller Cache-Zeilen, ohne Tags oder Flags. Jede Cache-Zeile ist 16 Byte groß. Es handelt sich um einen Zwei-Wege-Assoziativen Cache. Somit kann jedes Set 32 Byte speichern, eben zwei Cache-Zeilen. Zur Ermittlung der Anzahl der Cache-Zeilen wird die gesamte Kapazität durch die Cache-Zeilen größer dividiert. Am schnellsten ist das zu lösen, indem die Angaben in Zweier-Potenzen übersetzt werden. Kilobyte entspricht 2 hoch 10 und die Kapazität von 128 KB ist somit 2 hoch 17. Diese Gesamtkapazität 2 hoch 17 geteilt durch 2 hoch 4 Byte Cache-Zeilen-Größe ergibt die Gesamtanzahl von 2 hoch 13 Cache-Zeilen. Bei einem Zwei-Wege-Assoziativen Cache wären es halb so viele Sets wie Cache-Zeilen. In einem Vier-Wege-Cache wären es ein Viertel der gesamten Cache-Zeilen-Anzahl, da jedes Set 4 Cache-Zeilen enthält und so weiter. Zuletzt und ganz fix der vollständig assoziative Cache, bei dem jeder Speicherblock jede Zeile besetzen kann, da es nur ein einziges Set für alle Tags gibt. Die Speicheradressen bei vollständig assoziativen Caches sind in zwei Teile aufgeteilt, der Tag und der Word-of-Set. Hier stehen dann die vorher kurz angesprochenen Ersetzungsstrategien im Vordergrund. Da jede Speicheradresse sich in jeder Cache-Zeile befinden kann, müssen alle überprüft werden. Dabei handelt es sich nicht um eine lahme lineare Suche, sondern dies erfordert viele busähnliche Verbindungen, daher sind solche Caches teuer in Bezug auf die Hardware und Elektrizität und die Hitzeproduktion.